Es wird einen Wechsel geben im Team. Ich habe zwei Wechselmöglichkeiten. Einen werden wir in der Vorrunde machen und zwar wird Bastian Roschek getauscht werden und Finn Lemke wird dazu anreisen und uns in dem entscheidenden Spiel gegen Mazedonien unterstützen. Mit Mazedonien haben wir eine Mannschaft, die unheimlich viel auf Kreisläufer-Spiel setzt, sehr körperlich kommt und ich möchte der Mannschaft einfach und der Abwehr noch mal mehr Körperlichkeit geben, auch den Torhütern noch mal mehr Sicherheit dazu, mehr Blockarme dazu und ich habe es immer im Vorfeld betont, dass die 20 Mann zu dem Team zählen. Wir sind hier nicht wie andere Nationen mit 18 angereist, weil ich möchte, dass sie dann frisch kommen und dementsprechend wird der Wechsel jetzt gemacht. Es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir mit diesem Feuer, mit diesem Herz spielen und das haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt, aber das müssen wir von Beginn an bringen und wir dürfen nicht noch mal dort beeindruckt sein, aber das Gefühl habe ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft sich auf Mittwoch freut und heißt es gegen Mazedonien, dort alles reinzuhauen. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft sich auf Mittwoch freut und heißt es gegen Mazedonien, drei, zwei, zwei.